Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Herzlich Willkommen, das ist Kontrafunk aktuell. Wir haben Mittwoch, den 17. Juli 2024. Wir beginnen die Sendung mit unserem heutigen Sponsor. Auch wenn der Augenarzt die Augen untersucht und der Optiker eine optimale Brille für Sie angefertigt hat, klagen viele Menschen weiterhin über Probleme, vor allem bei langer Arbeit am Computer. Schnelle Ermüdung, Hals- und Nackenverspannung sind dann die Folge. Und da kommt Brigitte Effner ins Spiel vom Institut für Licht und Sehen aus Köln. Sie bietet ganzheitliches Sehtraining an mit Trainingseinheiten unter anderem zu Augenentspannung, um die genannten Probleme abzumildern oder anderen Ursachen auf die Spur zu kommen. Weitere Infos dazu finden Sie auf lichtundsehen.de. Für das erste Firmenseminar erhalten Kontrafunk-Hörer übrigens einen Rabatt von 20 Prozent. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Die Themen heute. Trump wird auf dem Parteitag der Republikaner offiziell zum Kandidaten gekürt. Außerdem hat er den Vizepräsidentenkandidaten ernannt. Das ist J.D. Vance. Wer das ist und was man vom Gespann Trump-Vance zu erwarten hat, das erfahren wir vom deutsch-amerikanischen Publizisten und Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Gestern wurde das alternative und oppositionelle Magazin Kompakt von Innenministerin Nancy Faeser verboten. Räumlichkeiten wurden durchsucht und die Internetseite heruntergefahren. Hören Sie dazu einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Auch in Polen hat es die konservative Opposition im Moment nicht gerade einfach. Wie die Regierung TUS gegen die Opposition vorgeht, darüber spreche ich mit Dr. Dariusz Pszibetek. Er ist Historiker und Kartograf an der Unibibliothek in Breslau. Und wer ohne große Verspätung Bahn fahren möchte, der sollte das am besten in der Schweiz tun. Wir haben Professor Matthias Finger im Gespräch. Er erklärt uns die Gründe für die Präzision der Züge in der Schweiz. Ich bin Gernot Stanowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin findet gerade der Parteitag der Republikaner statt. Dort ist Donald Trump jetzt auch offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden. Großes Thema war und ist natürlich auch das auf ihn gescheiterte Attentat. Für Aufsehen hat dann gleich die Ernennung seines Vizepräsidentenkandidaten gesorgt. Der Senator James David Wentz soll es machen. Über den Vize- und den Parteitag spreche ich jetzt mit dem deutsch-amerikanischen Publizisten und Kontrafunkkollegen Colin McMahon. Grüß dich, hallo. Hallo. So ein Parteitag, gerade im Wahljahr, das ist ja immer was ganz Besonderes. Was ist das für eine Veranstaltung und was soll das für eine Veranstaltung sein aus Sicht der Republikaner? Die Nominierungsparteitage sind im Grunde genommen eine Medienveranstaltung. Die Delegierten, die sind ja schon gewählt. Dass Donald Trump der Kandidat ist, ist klar. Das ist jetzt einfach eine Intonisierung von Donald Trump als republikanischen Präsidentschaftskandidaten und spielt natürlich nicht zufällig in einem der wichtigen Swing States in Wisconsin, das auch nur knapp von Joe Biden gewonnen wurde 2020. Und das Ziel ist sicherlich auch hier, die republikanische Basis zu mobilisieren. Ja, 20.000 Stimmen sollen es damals gewesen sein, ganz knapp. J.D. Vance ist ein Senator aus Ohio und galt einstmals als sehr scharfer Kritiker Trumps. Das ist eine Aussage, die so häufig in deutschsprachigen Medien zu lesen ist. Wie zutreffend ist das denn? Ja, das ist also völlig irreführend. J.D. Vance hat 2016, bevor er eigentlich überhaupt in der Politik war, mal gesagt, Trump wäre sowas wie ein Markus Hitler. Und diese Stimmung damals wiedergegeben, die auch von den Medien transportiert wurde. Aber der hat es seitdem natürlich revidiert und ist jetzt als einer der glühenden Trump-Befürworter zum Vice President gekürt worden. Und einer der wichtigsten America First-Kandidaten, die also diese arbeitende Mittelschicht, die Arbeitsschicht repräsentiert, die für Trump so wichtig war in den sogenannten Rostgürtelstaaten. Dann gehen wir mal direkt auf die Person ein. Was ist das für ein Typ? Welchen Hintergrund hat er und was für einen Werdegang hat er hinter sich? J.D. Vance kommt aus wirklich bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater hat die Familie früh verlassen, seine Mutter war heroinabhängig. Und er hat wirklich zu kämpfen gehabt und hat daraus ja auch das bekannte Buch, den Bestseller Hillbilly Elegy gemacht, der dann von Netflix verfilmt wurde. Also jeder, der sich mit der Person J.D. Vance auseinandersetzen will, kann einfach mal diesen Netflix-Film gucken. Der ist jetzt plötzlich auf Platz 1 geschossen in den Netflix-Charts. Und das ist mit Glenn Close, die Oscar nominiert wurde für die Rolle, ein wirklich eindringliches Porträt einer armen amerikanischen Arbeiterklasse-Familie mit ihren Problemen. Und den Werdegang von J.D. Vance aus dieser Armut und dieser Verzweiflung heraus zum Yale-Jura-Studenten und darüber hinaus. Genau, Yale-Jura-Student. Vorher war er, glaube ich, noch bei den Marines. Also einen militärischen Background hat er noch. Es klingt alles nach einer ziemlich dann doch vom Werdegang klassischen amerikanischen politischen Karriere, oder? Ja, danach wurde er noch Start-up-Unternehmer, wurde von dem deutschen Silicon Valley-Unternehmer Peter Thiel gefördert und war wohl auch sehr erfolgreich in Silicon Valley. Und ging dann 2022 erst in die Politik, weil man ihn mehr oder weniger dazu gedrängt hat. Nachdem sein Buch Hillbilly Elegy als Diagnose der Trump-Arbeiterklasse so gefeiert wurde, hat man ihn mehr oder weniger rekrutiert, um für die Republikaner in den Wahlkampf zu ziehen. Und warum hat sich jetzt Trump für ihn entschieden? Was führt die beiden so zusammen? Was eint die beiden? Was für Hoffnungen setzt Donald Trump gerade in Vance? Die Nominierung von J.D. Vance ist ein ganz klares Zeichen, dass Trump es nicht mehr nötig hat, das republikanische Establishment zu appellieren. Er ist auf jeden Fall ein America First-Kandidat, einer, der sich auch mit dem militärisch-industriellen Komplex anlegt, der den Krieg in der Ukraine kritisiert, als einer der wenigen Senatoren. Und Trump signalisiert ganz klar damit, dass er sein Programm fahren wird und nicht mehr wie in der ersten Amtszeit auf klassische Kriegsfalken wie Richard Bolton oder Mike Pence hören wird. Apropos Ukraine, du hast gerade gesagt, er ist da skeptisch dem Krieg gegenüber. Er war ja auch in München auf der Sicherheitskonferenz und da gibt es ja eine interessante Anekdote mit Ricarda Lang, der grünen Politikerin. Ja, das empfehle ich auch jedem, der mehr über J.D. Vance erfahren will. Neben dem Film Hillbilly Allergy kann man sich auf BR24 die Diskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar anschauen, wo er mit Ricarda Lang auf der Bühne sitzt. Und es ist eben die absurde Situation, dass diese grünen Politikerin einem Marine, der vier Jahre lang gedient hat und sechs Monate im Irak war, Vorträge über die Verteidigungsfähigkeit des NATO-Bündnisses hält. Und J.D. Vance hält da sehr, sehr effektiv dagegen und sagt, das Problem ist nicht, dass Trump die NATO verlassen will, sondern das Problem ist, dass die NATO-Verbündeten die NATO im Stich gelassen haben. Gerade so Grüne sind ja für den jetzigen Zustand der Bundeswehr und der europäischen Verteidigung wesentlich mitverantwortlich. Und von so jemandem Vorträge zu erhalten, ist ja doch recht absurd. Also er hat klar gemacht, dass Trump durchaus für eine starke NATO steht. Das besteht auch darin, dass man genug Verteidigungskräfte zur Verfügung stellt. Deutschland hat dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt ihre Zwei-Prozent-Grenze eingehalten. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die NATO-Staaten einfach nicht genug Munition liefern können, nicht die Produktionskapazitäten haben, um gegen ein Russland langfristig Krieg zu führen, das jeden Monat 500.000 Artilleriegranaten herstellen kann und wir nur ein Fünftel davon. Also das war doch eine sehr ernüchternde Einschätzung von ihm, aber auch eine realistische. Ganz generell mal, was für eine Rolle spielt in Amerika der Vizepräsident? Also ist das so eine Art Grüß, August, oder hat er schon eine ganz wichtige Rolle, die er einzunehmen hat? Der Vice President ist ein eigentlich rein symbolisches Amt. Es wurde wirklich dazu geschaffen, um in Warteschleife bereit zu stehen, falls dem amtierenden Präsidenten etwas passiert und das von den Gründungsvätern eigentlich so eingerichtet wurde, dass der Vice President keine Macht hat. Also es ist keiner, der irgendwie hinter den Kulissen integrieren kann oder seine Macht irgendwie, seine Machtbasis konsolidieren, sondern der Vice President fährt durch die Gegend, der macht mal Projekte oder so, aber der hat keine Exekutivkompetenz. Nachdem also jetzt diese Vizepräsidentenkandidaten Katze aus dem Sack ist, was sind für diese beiden und für die Republikaner die nächsten Schritte im Wahlkampf? Was kommt da auf die zu? Matt Walsh von Ben Shapiro Show hat gesagt, dass der Wahlkampf jetzt eigentlich vorbei ist. Nach diesem missglückten Attentat, egal was dahinter steckte, ob das jetzt wirklich nur ein Einzeltäter war, ob da auch etwas Finsteres dahinter steckt, diese Bilder, die Trump generiert hat und diese Führungsstärke, die er auch gezeigt hat in diesem Moment der absoluten Herausforderung, die sind nicht mehr wegzudenken, denke ich, aus dem Unterbewusstsein der Welt. Und Matt Walsh hat dazu gesagt, dass die Demokraten sich jetzt geschlagen geben. Sie werden Joe Bidens Niederlage akzeptieren. Sie werden keinen weiteren Kandidaten versuchen, mit dem Fallschirm ins Rennen zu schicken und werden Joe Biden die Schuld geben und ihre Wunden lecken und vier Jahre warnen. Präsident Biden hat davon gesprochen, vor allem natürlich nach dem Attentat auf Trump, dass man die politische Debatte jetzt ein bisschen abkühlen muss. Wie soll das gehen? Ist das überhaupt möglich und wie sind diese Worte zu werden? Es wäre schön, wenn jetzt ein bisschen Inhalten stattfinden würde. Trump hat eher gesagt, er würde seine Rede versöhnlicher und weniger kämpferisch machen. Wobei Joe Biden in seiner angeblich so versöhnlichen Rede am Tag nach dem Attentat gleich dazu übergegangen ist, Trump-Anhänger zu kritisieren, ihnen die Schuld am Sturm auf den Kapitol zu geben, ihnen die Schuld am Anschlag auf Paul Pelosi zu geben. Sogar das angebliche Komplott gegen die Gouverneuren von Michigan, Gretchen Whitmer, hat er angeführt, was ja eine FBI-Aktion war und vom Gericht verworfen wurde, weil so viele Bundesagenten beteiligt waren an diesem angeblichen Entführungskomplott. Also dass da versöhnliche Töne von den Demokraten kommen, das ist ein Gerücht der deutschen Medien, dem muss man nicht glauben schenken. Seit dieser Woche ist ja dein Buch Trump gegen den Deep State im Kopfverlag vorbestellbar. Würdest du sagen, ist Vance einer, der auch an diesen Kampf glaubt und an die Notwendigkeit? Und wenn ja, was bedeutet das? Ganz klar. Es ist frappierend, wie damals Trump untergraben wurde von seinen eigenen Beamten, von seinem eigenen FBI und CIA. Und er trat ja damals mit dem versöhnlichen Ansatz an, er würde moderate Republikaner, Establishment-Republikaner, auch Demokraten an Bord holen oder die Obama-Demokraten im Amt lassen. Und das war ein enormer Fehler im Rückblick. Also der FBI-Chef James Comey hat aktiv gegen ihn intrigiert. Das wird diesmal nicht mehr passieren. J.D. Vance hat selber gesagt, wir müssen im Staatsapparat aufräumen, wir müssen die Leute, die gegen Trump gearbeitet haben, entfernen. Und wie bei jeder Machtübernahme eigentlich, wie bei Joe Biden auch, müssen wir unsere Leute in die wichtigsten Ämter bringen. Das war bei jedem Präsidenten bisher so. Nur bei Donald Trump wurde das damals skandalisiert, als der James Comey entlassen wollte, entlassen hat. War das plötzlich ein Grund für eine Amtsenthebung. Also diesmal werden sie dafür sorgen, dass ihre eigenen Leute in die wichtigsten Ämter kommen. Das haben sowohl Trump wie J.D. Vance beide schon gesagt. Der Mann wird jetzt 40, noch in diesem Jahr im August. Das ist ein ziemlich junger Mann, auch für einen Vizepräsidenten. Ist das vielleicht der Beginn einer großen politischen Karriere? Auf jeden Fall. Nach dem Anschlag hat Trump ja gesagt, dass ihm klar ist, dass er im Fadenkreuz steht und dass sowas auch wieder passieren kann. Und hat definitiv einen Kandidaten gesucht, der vom Alter her und auch von der politischen Erfahrung in der Lage ist, dieses Amt auszufüllen. Also er hat nicht einen Fernsehmoderator wie Tucker Carlson nominiert oder wie Carrie Lake aus Arizona, sondern er hat einen Senator, einen gestandenen Politiker nominiert, dem viele auch zutrauen, dieses Amt auszufüllen. Und Trump darf ja nur einmal im Amt bleiben jetzt. Und 2028 wird J.D. Vance vermutlich der nächste republikanische Präsidentschaftskandidat werden. Wenn man mal vielleicht so ein bisschen die Suppe spucken oder das Haar in der Suppe suchen möchte, welche Schwachstellen weist denn Vance auf? Also gibt es etwas aus seiner Vergangenheit oder gibt es irgendetwas, worauf sich die Demokraten jetzt auch stürzen werden? Oder gibt es kontroverse Meinungen, die er vielleicht innerhalb der Republikaner vertritt, die nicht so beliebt sind, die ihn vielleicht doch wackeln lassen könnten in irgendeiner Situation? J.D. Vance ist schon seit acht Jahren im öffentlichen Rampenlicht, ist auch stark durchleuchtet und kritisiert worden. Also ich glaube, wenn da etwas zu finden wäre, dann hätte man das schon erfahren. Er hat eine glückliche Ehe, ist eine der wenigen Senatoren, die eine intakte Ehe führen mit einer auch erfolgreichen indischen Unternehmerin, die er am Yale Law School kennengelernt hat und ist 2019 zum Katholizismus übergetreten, aber nicht in irgendeiner fundamentalistischen Art und Weise, sondern sowohl Vance wie Trump haben ganz klar gemacht, dass sie kein bundesweites Abtreibungsverbot fordern werden. Das benutzen die Demokraten gern als Spaltkeil gegen die Republikaner, weil die Abtreibungsverbote doch sehr unbeliebt sind beim Wähler. Und sowohl Vance wie Trump haben klar gemacht, dass die Entscheidung bei den einzelnen Bundesstaaten liegen soll, welche Abtreibungsregeln sie einführen wollen, dass ein liberaler Bundesstaat wie Kalifornien durchaus weiter liberale Abtreibungsregeln praktizieren kann und vielleicht ein konservativer Staat wie Alabama dann eben konservative Regeln einführen kann. Also das haben sie sehr geschickt gemacht. Damit haben sie den Demokraten den wichtigsten Spaltkeil aus der Hand genommen und ich sehe da eigentlich keine großen Hindernisse, auf sie zu kommen. Eine Einschätzung zum Parteitag der Republikaner in Milwaukee war das vom deutsch-amerikanischen Publizisten und Kontrafunkkollegen Colin McMahon. Colin, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe mir den gestrigen 16. Juli 2024 rot im Kalender angestrichen. Denn gestern ist etwas Merkwürdiges passiert. Die durchaus streitbare Zeitschrift Kompakt wurde verboten von Nancy Faeser. Zahlreiche Geschäfts- und Wohnräume von Kompaktmitarbeitern wurden untersucht und Dinge beschlagnahmt. Hören Sie nun einen Kommentar von Markus Fahlefeld zu diesem Vorgang. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass unsere Demokratie von einer wild gewordenen Innenministerin in ihren Grundfesten erschüttert wird, gestern wurde er erbracht. In den Morgenstunden des 16. Juli rückte eine 25-köpfige, zum Teil vermummte Polizeieinheit natürlich mit Wissen ausgewählter Journalisten und im Blitzlichtgewitter in der brandenburgischen Kleinstadt Falkensee vor den Toren Berlins ein und durchsuchte dort die Geschäftsräume des Kompaktverlags. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte soeben ein Verbot des Verlags beschlossen. Ihre Begründung war vorhersehbar. Ich zitiere Nancy Faeser. Das Verbot zeigt, dass wir auch gegen die geistigen Brandstifter vorgehen, die ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten schüren und unseren demokratischen Staat überwinden wollen. Nun ja, den demokratischen Staat zu überwinden, das schaffen Sie ganz alleine, liebe Frau Faeser. Und die Stimmung Geflüchteten gegenüber wäre ganz sicher besser, wenn Sie mal etwas gegen Messermorde und Massenvergewaltigungen unternehmen würden. Aber das scheint Sie gar nicht zu interessieren. Ein Verlagsverbot ist kein scharfes Schwert, sondern ein durchgerostetes Fallbeil aus dem 19. Jahrhundert. Wann hat es in der Geschichte der Bundesrepublik das letzte Mal ein Verbot gegen einen deutschsprachigen Verlag gegeben? Wohlgemerkt nicht gegen einzelne Werke, die vom Markt genommen werden mussten, da gab es etliche, sondern gegen einen ganzen Verlag? Meines Wissens ist das noch nicht vorgekommen, aber das Jahr 2024 scheint einen neuen Rekord aufstellen zu wollen, was das Agieren der überall Nazis witternden Linken angeht. Und wir haben gerade ein Wochenende hinter uns, an dem wir deren Agieren ganz hautnah miterleben durften. Von Anton Hofreiter bis zur Taz. Schulter zuckten sie das Attentat auf Donald Trump letzten Samstag mit Selbstschuld einfach weg. Während einige der üppig von unseren Zwangsabgaben finanzierten sogenannten Satiriker ganz offen bedauerten, dass Donald Trump von der Kugel nur am Ohr getroffen wurde und nicht mitten im Kopf, so der wohlstandsverfettete Sebastian Hotz, bekannt als El Hotzo und Gag-Schreiber für Jan Böhmermann, oder der irrlichternde Comedian Florian Schröder. Hier wird groß gemacht durch die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten ein Hass und eine Hetze verspritzt, die ein Millionenpublikum erreichen und an Menschenverachtung nicht zu überbieten sind. Aber einen Tag später wird dann ein Magazin mit einer Auflage von 40.000 verkauften Exemplaren verboten. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist über den Jordan gegangen. Dabei bin ich der Meinung, jeder soll aus seinem Herzen eine Mördergrube machen dürfen und seine Fantasien auch frei aussprechen können. Dann weiß ich zumindest, wie weit meine eigene moralische Messlatte unterschritten wird und kann mich fernhalten. Nur bezahlen möchte ich mit meinen Rundfunkgebühren dafür nicht müssen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Jürgen Elsässer, den Macher und Eigentümer von Kompakt. Und ich weigere mich hier, auf seine politischen Ansichten einzugehen, die ich allemal für völlig daneben halte. Nur, ich muss für ihn nichts bezahlen. Ich kann ihn einfach ignorieren. Aber Zensur, ein Verbot eines ganzen Verlags und das durch unsere auf dem Islam Auge blinde Nancy Faeser, das geht entschieden zu weit und beschädigt Demokratie und Rechtsstaat viel nachhaltiger als ein läppisches Medium, wie kompakt es je könnte. Vor allem aber, wenn der deutsche Rechtsstaat noch halbwegs funktionsfähig ist, sind Zweifel angebracht, ob dieses Verbot vor Gericht wirklich hält. Denn Nancy Faeser argumentiert mit dem Grundgesetz gegen das Kompaktverstoße und mit dem Vereinsgesetz. Ja, Sie haben richtig gehört. Dem Vereinsgesetz, auch wenn Kompakt eine GmbH ist. Juristisch korrekt müsste Nancy Faeser aber mit dem Presserecht argumentieren. Nur ist das eben Ländersache und liegt nicht in ihrer Vollmacht. Denn Nancy Faesers Welt gilt, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ihre Auslegung des Grundgesetzes, das wissen wir inzwischen, ist höchst irritierend und vom Bundesverfassungsgericht nicht gedeckt. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018 heißt es wörtlich, die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist kein Eingriffsgrund, so das Bundesverfassungsgericht. Man kann also gespannt sein, ob Nancy Faeser mit ihrem Hass und ihrer Hetze gegen rechts wirklich durchkommt oder ob sie nicht vielmehr mit Kompakt und Jürgen Elsässer Märtyrer produziert. Das war der Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Seit der Parlamentswahl in Polen Ende letzten Jahres ist die neue Regierung Tusk eifrig dabei, ihre Macht zu sichern. Unter anderem soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden, aber auch manche Oppositionspolitiker aus dem konservativen Lager und der alten Regierung sind im Fadenkreuz der Regierung gelandet. Manche sprechen sogar von einer fundamentalen Polarisierung der polnischen Gesellschaft. Und das alles unter dem Präsidenten Tusk, der einst als das freundliche Gesicht Polens in Europa galt. Wie sich die Gesellschaft in Polen verändert hat und wie gegen die Opposition vorgegangen wird, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Dariusz Pszibetek. Er ist Historiker und Kartograf an der Universitätsbibliothek in Breslau. Herr Pszibetek, herzlich willkommen. Guten Tag. Was läuft aus Ihrer Sicht gerade falsch? Inwieweit greift die Regierung gerade die Opposition an? Was sich geändert hat seit Herbst, eigentlich von Dezember. Die Spaltung der Gesellschaft ist nicht seit Oktober oder Dezember 2023. Die Spaltung gab es immer und ungefähr in den gleichen Proportionen wie jetzt. Sagen wir, seit 2010, egal wer herrscht, diese Spaltung ist mit jedem Jahr stärker. Das heißt, diese zwei großen Lager, die unterscheiden sich immer mehr, sind immer voneinander weiter. Und Sie wissen, ein großer Lager, das ist die größte Partei vom paulischen Mainstream, ist die bürgerliche Plattform mit Donatusk. Heutzutage mit zwei kleineren Beilagen und noch einem kleineren linken. Und diese große konservative Lager mit Rechts- und Gerechtigkeit, PiS-Partei. Und die Konfederation sind auf rechter Seite. Seien wir rechte Seite und linke Seite ist auch eine schlechte Definition, weil diese klassische Verteilung der Parteien funktioniert nicht mehr. Vielleicht, wenn es um die Werte geht, aber nicht um soziale Politik zum Beispiel. Die Regierungsmehrheit im Parlament hat jetzt neulich in Polen dafür gestimmt, dem Oppositionsabgeordneten Michael Wosch die Immunität zu entziehen. Das hat Gründe, weil man ihm irgendwie vorwirft, die Spionagesoftware Pegasus gekauft zu haben und er soll jetzt damit strafrechtlich verfolgt werden. Das kann man natürlich als Angriff auf die Opposition auch verstehen. Solche strafrechtlichen Konsequenzen, ist das aber nicht genau die Art und Weise, wie man heutzutage auch Politik macht? Also ist das in Polen unüblich, Leute für politisches Fehlverhalten zu bestrafen oder zumindest vor Gericht zu zerren? Eben, das ist diese Neuheit bei dieser neuen Tusk-Regierung. Früher gab es es nicht. Beide feindlichen Parteien, die Politiker haben sich immer nach den gewonnenen Wahlen gegenseitig mehr als fair betrachtet. Das heißt, sie waren sehr laut gegen sich im Streit zur Zeit der Wahlkampagnie, aber wenn sie schon bei der Macht waren, irgendwie ist niemandem nie nichts passiert. Es war so eine Praxis bis Ende voriges Jahres. Und plötzlich, das, worüber sie fragen, dieser Unterschied bei dieser neuen Regierung, was ist eigentlich passiert, dass die Lage in Polen anders aussieht wie früher? Das ist diese konsequente Rache der Tusk-Regierung gegen allen möglichen früheren Politiker, die, egal ob sie was getan haben oder nichts, aber man muss sie verfolgen, um eigenen Wählern, den Hartnäckigsten, den Hartküpfigsten, zeigen, wir machen das, was wir versprochen haben. Alle korrupte und alle unklare Sachen, für die Piest verantwortlich war, werden wir es ausklären und die Schuldigen beklagen und verhaften und so weiter. Und es gibt nicht viel dafür. Das sind einzelne Namen nur und zwar ohne Anklage, nur mit Vorwürfen, damit es laut und genug böse in Medien aussehen kann. Ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, ob jetzt mit einem Gerichtsurteil oder nicht, aber wie werden diese ganzen Angriffe auf Oppositionspolitiker denn in Polen diskutiert? Also wie kontrovers spricht man darüber? Ist die politische Stimmung da schon sehr aufgeheizt oder vergiftet? Oder wie ist die Debatte in Polen gerade darüber? Sie haben gesagt, das Zauberwort, die Debatte. Gerade hier ist ein Problem. Es gibt keine Debatte. Debatte sollte zwischen Politiker sein im Parlament. Deswegen ist es ein Parlament und Parlament heißt Parlament von Parlaren. Sie sollen darüber sprechen und sie sprechen darüber nicht. Sie streiten nur darüber. Früher war es so, dass sie könnten in Medien streiten. Jetzt geht es eigentlich nichts mehr, weil die Medien jeder Seite sprechen eigentlich nur mit eigenen Leuten. Es gibt keine öffentliche Debatte. Das ist schrecklich. Das ist interessant. Das ist ja ein Phänomen, das ja nicht nur Polen exklusiv hat. Das ist ja bei uns eigentlich ähnlich. Man kann gar nicht mehr so richtig auf den anderen eingehen und sich in dessen Lage hinein versetzen. Und apropos in die Lage von jemandem reinversetzen. Mich interessiert es natürlich nicht nur, wie wird es in Polen gesehen, sondern auch, wie wird das im Ausland gesehen, zum Beispiel auch bei der Europäischen Union. Schließlich hat man sich in der Zeit, als die Piss an der Regierung war, wegen jeder kleinen Unruhe oder Verfehlung ganz besorgt geäußert. Hat die EU dazu schon Stellung genommen, was da gerade in Polen passiert? Ja, wenn es um Mängel an Rechtsstaatlichkeit in Polen bei früherer Regierung hat sich schon geäußert. Das heißt, jetzt bei dieser Regierung, die Republik Polen sollte schon ein Staat mit korrekter Rechtsstaatlichkeit sein. Und das Verfahren mit Artikel 7 ist schon geschlossen. Das heißt, die Regierung von Donald Tus entspricht den europäischen Vorstellungen der Rechtsstaatlichkeit. Obwohl nichts passierte. Das heißt, rechtlich ist kein neues Recht eingeführt, um alte Vorwürfe zu ändern. Das heißt, das beweist nur, dass diese früheren Vorwürfe gegen Rechtsstaatlichkeit in Polen waren nur eine Fassade, um die damalige Regierung zu angreifen. Und es ging nicht um die Rechtsstaatlichkeit, sondern um die Änderung der Regierung. Diese Regierung ist out, dann sei Polen ist Rechtsstaatlichkeit. Um es überspitzt auszudrücken, die Regierung Tusk wurde heilig gesprochen und damit habe ich mir selbst die Vorlage für das nächste Thema gegeben, nämlich ich habe gelesen, dass ein Priester in Polen verhaftet wurde, Michał Olczewski, wegen angeblicher Korruption unter der vorherigen PiS-Regierung wurde eingesperrt und seine Anwälte behaupten jetzt, er sei gefoltert worden, man habe ihm Nahrung und Wasser verweigert, in der Haft, er habe 15 Kilo abgenommen und sei mit Handschellen gefesselt in eine Art Loch geworfen worden, noch dazu sei das Licht dauernd angewesen und dadurch kam es zu Schlafentzug. Was ist an dieser ganzen Geschichte dran, an der Folter zum Beispiel? Ich bin sicher, dass die Anwälte nicht lügen. Ich bin ganz sicher, was der Priester Olczewski geschrieben hat im persönlichen Brief. Das heißt, ich glaube, was der Michał Olczewski geschrieben hat und die Geschichte mit Verhaftung, wie er festgehalten war und wie transportiert, ohne Wasser und Essen und nun, das betraf die Polizisten und nicht Gefängnis, aber Einzelheiten weiß ich nicht, weil sich in Medien das nicht verbreitet. In Mainstream-Medien ist eigentlich nichts darüber. Das heißt, ja, es verhaftet mit Verwürfen, aber schon vier Monate steckt im Gefängnis ohne formelle Anklage. Das widerspricht der Rechtsstaatlichkeit der Republik Polen jetzt. Das ist eine Schande. Da werden ja auch die schlimmsten Erinnerungen an totalitäre Besatzungszeiten wach, wenn man so will. Rüttelt das die Polen nicht auf, also gerade wenn es einem Priester an den Kragen geht, das ist ja immer noch eine heilige Person in dem doch so katholischen Polen eigentlich, oder nicht? Ja, eben, das freibere ich mich selber, wo ist die Stellung der polnischen Kirche. Es ist wirklich eine sehr schwere, interessante Frage, warum, ob wir wissen, was ist mit ihm passiert, oder bestimmt wissen wir nicht alles, aber wir wissen, dass die Sache so drastisch enorm ist, dass nur einzelne Leute in kleinen Gruppen protestieren in manchen Städten und es gibt keine größere Bewegung gegen diesen Schanden. Lauter war im Dezember, als zwei Abgeordnete waren verhaftet, so plötzlich, sie haben Unimmunität verloren, ja, und Tusk hat versprochen, die beiden zu verhaften, obwohl sie waren unschuldig gesprochen von Präsidenten Duda. Also in dem Fall zeigt das, dass auch der juristische System Polens ist im Eimer, jetzt. In den USA stehen sich Republikaner und Trump-Anhänger und Demokraten erbittert gegenüber. In Frankreich hat sich eine Einheitsfront gegen Le Pen gebildet, in Polen scheint die Regierung Tusk eben auch einen Kampf gegen die Opposition zu führen. Was ist los mit unseren Demokratien? So sage ich das jetzt einfach mal. Warum passiert es auch in Polen? Weil wir wahrscheinlich nicht so ganz anders als die Franzosen und Amerikaner sind als Gesellschaften. Wir gucken seit Generationen die gleiche Medien, lesen die gleichen Bücher, wir gehören zur gleichen Welt. Ich glaube, die Teilung der Gesellschaften in Spanien und Italien seit vielen Generationen länger als bei uns sind genauso tief und ungefähr so proportionell wie bei uns. Wichtig ist, wie die Länder und die Gesellschaften damit klarkommen. Wer könnte denn so ein Versöhner sein? Wer könnte denn die Seiten wieder zusammenführen oder was müsste dafür geschehen? Das ist eine philosophische Frage. Ganz praktisch in unserem Beispiel war früher der heilige Papst Johannes Paul II. In Spanien war lange Zeit nach der Diktatur von Franco Wirtschaftswachstum und die Leute irgendwie sind dazu gewöhnt, das neue System bringt sie näher zur Europäischen Union und Spanien war damals damit gewonnen. Italien und diese Spaltung in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg war selbstverständlich von Alliierten auf viele Jahrzehnten, also am Anfang die Alliierten Verwaltung von Italien. Frankreich, das haben wir alle gerade gesehen, drei große Lager und der größte ist extrem linke Seite, auch sogar nicht der Lager von Präsident Macron. In Deutschland hat wir die ganze Spektrum der politischen Parteien, aber am meisten dynamisch scheint sich jetzt die AfD, weil der große demokratische Lager irgendwie schlecht erfüllt die Erwartungen der Gesellschaft. Das Gleiche betrifft die Europäische Union, die organisiert sich in neuen Kleider jetzt als Idee der Vereinten Europa, ohne niemandem zu fragen, in welche Richtung sollen wir gehen und 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 deswegen, dass auch die Außenwelt so unsicher ist. In Polen, die Meinung ist auch verspaltet. Sollen wir noch näher uns integrieren auf die neuen Gesetze oder Regeln oder das ist nicht diese internationale Organisation, die wir vor 20 Jahren eingetreten sind. Das ist auch die Meinung von vielen Millionen Menschen. Und die sind verteilt und deswegen manche sind damit einverstanden. Wir wollen einen Teil der vereinten, zentralisierten, ich wiederhole, zentralisierten, sogar nicht föderalen Europa sein oder wir sollen immer die Familie der unabhängigen, souveränen Nationen bilden in Europa. Aber diese Diskussion gibt es auch nicht, weil für beide Blöcke das sind Axiomate. Europa ist das, was sagt die Europäische Kommission und jeder, der nicht zustimmt, ist ein Feind von Europa. In Polen schickt sich die neue Regierung unter Donald Tusk an, die Gesellschaft umzubauen und vor allem die Opposition in die Mangel zu nehmen. Eine Einschätzung zu dem Thema war das von Dr. Dariusz Pszibetek. Er ist Historiker und Kartograf an der Universitätsbibliothek in Breslau. Herr Pszibetek, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute. Die Neue Züricher Zeitung hatte neulich die Frage gestellt, was ist schlimmer, die Deutsche Bahn oder die Regierung Scholz? Gut möglich, dass in diesem Beitrag auch die traumatischen Erlebnisse während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland so ein bisschen mit eingeflossen sind. Wen man auch fragt, alle haben gesagt, bei der Bahn klappt gerade nicht wirklich viel. Bitte bringen Sie Zeit und Geduld mit. In der Schweiz kann man so etwas natürlich locker vom Hocker schreiben, denn hier funktioniert alles viel, viel besser. in Sachen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Wie kann das sein, dass die Schweiz das hinbekommt und Deutschland nicht? Was macht die Schweiz richtig? Welche Voraussetzungen sind vielleicht besser? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Matthias Finger. Er ist emeritierter Professor an der Technischen Hochschule Lausanne. Sein Fachbereich war Management von Infrastrukturen wie Transport, Energie und Kommunikation. Herr Finger, guten Tag. Guten Tag. Wann sind Sie zum letzten Mal mit der Deutschen Bahn gefahren? Und mussten Sie sich ärgern? Etwa vor einem Jahr. Ärgern musste ich mich nicht, aber sie war schon ein bisschen verspätet. Also das Problem, wie Sie es quasi jetzt schon andeuten, gibt es auch schon ein bisschen länger und länger als gestern jedenfalls. In Deutschland ist auf die Deutsche Bahn schon länger kein Verlass mehr. Sie ist für viele Menschen sogar zum Ärgernis geworden, gerade weil viele auf sie angewiesen sind. Was macht die Schweizerische Bahn besser? Ja, also die Frage ist nicht so einfach. Man muss zuerst sehen, dass die Deutsche Bahn etwa zehnmal grösser ist als die Schweizerische Bahn, also komplexer. Die Schweizerische Bahn ist nicht vergleichbar in dem Sinn, dass die Schweiz eigentlich ein Metrosystem ist, nicht eine Volleisenbahn. Wir haben zwar noch einen Taktfahrtplan, aber die Züge folgen sich immer dichter. Wir wollen auf 15 Minuten gehen und dann ist die Schweiz eigentlich ein Metrosystem. Und ich denke, der grösste Unterschied sind natürlich die Investitionen. Die Schweiz buttert einfach viel mehr Geld proportional zur Grösse in die Bahn als die Deutsche Bahn. Die Schweizerische Bahn ist auch eine sogenannte integrierte Bahn. Würden Sie das ganz kurz erklären, was bedeutet das? Also die Deutsche Bahn auch zu einem gewissen Teil, aber historisch sind die Bahnen vertikal integriert. Das heißt, es gehört ihnen die Infrastruktur, die Schiene, die Signale, die Bahnhöfe und die Züge, die darauf fahren. Das ist in der Schweiz immer noch der Fall, obwohl auch eine gewisse administrative Desintegration stattgefunden hat unter Druck der EU. Der Hintergrund ist natürlich die Liberalisierung der EU, die darauf drängt, dass man die Infrastruktur, die Schienen von den Zügen, die darauf fahren, trennt. Und das macht die Dinge ein bisschen komplexer. Die Deutschen haben das Problem, dass wenn ein Zug ausfällt, es dann auch immer so schön angezeigt wird, 30 Minuten zu spät, 45 Minuten zu spät, eineinhalb Stunden zu spät, das summiert sich alles auf und am Ende heißt es Zug fällt aus. In der Schweiz gibt es den Takt Fahrplan, das bedeutet, dass wenn ein Zug ausfällt, alle halbe Stunde sowieso ein Zug kommt. Genau. Und das hat natürlich, wenn ich jetzt mit der Deutschen Bahn vergleiche, zum Vorteil, dass Einzug sehr verspätet sein, dann wird er nicht weitergeführt. Man hält den einfach an, sagt den Leuten sollen aussteigen und denjenigen nehmen, der gleich hintendran folgt. Das heißt, das System wird nicht verstopft, sondern man kann einfach genau weiterarbeiten. Diejenigen, die den verspäteten Zug haben, haben natürlich ein bisschen Probleme, aber das ganze System wird nicht durcheinander gebracht. Wenn ich jetzt aber einen voll gebuchten ICE in Deutschland habe und dann allen Leuten zu sagen, den nächsten Zug inklusive seiner regulär dort fahrenden Fahrgäste würde sich natürlich bedanken. Das heißt, man müsste eigentlich von der Kapazität die ganzen 400 Fahrgäste des ICE hintendran klatschen. Das ist ja logistisch quasi wahrscheinlich unglaublich aufwendig. Macht man auch nicht. Und das ist schon ein Problem, weil der nächste Zug ist ja schon unterwegs und der wird dann einfach viel voller sein als der Vorher. Also die Leute sind schon nicht sehr happy. Aber der Taktfahrtplan, das System funktioniert weiterhin. Das habe ich vorhin gesagt, die Schweiz ist ein Metrosystem. Das heißt, wenn Sie irgendein Problem in einem Teil der Schweiz haben, dann wirkt sich das sofort auf das ganze Land aus. In Deutschland gibt es ja auch viele Signalstörungen und Technikprobleme. Gibt es diese Probleme in der Schweiz erster Linie mit Unterhalt und Investitionen zusammen. Es ist schon bekannt, dass die Deutsche Bahn historisch zu wenig investiert hat. Aber technische Probleme haben sie immer. Und das ist einer der Hauptunterschiede, dass man schweizerischer Seite unglaublich viel reininvestiert, auch Seiten des Staates, oder? Genau. Die Finanzierung ist ein komplexes Ding. Und so einfach wie wir vorher gesprochen ist das auch nicht, weil die schweizerische Bahn deckt nicht das ganze Land ab. Da hat es andere Bahnunternehmen, die auch da drin sind. Aber das muss koordiniert werden. Aber das schweizerische System ist finanziell originell in dem Sinne, dass die Infrastruktur, also die Schienen, Signale, all das, was im Boden ist, werden durch einen Fonds gespießen und der ist stabil. Der hängt nicht von politischen Launen ab, sondern der wird gespießen von Mineralöl Steuern und ist ziemlich gut gefüllt. Also das Geld ist vorhanden. Wie sieht es denn mit dem schweizerischen Fahrgastgefühlsleben aus, was Verspätungen angeht? Also ab wann gehen Verspätungen dort los? In Deutschland würde jeder sagen, oha, Bahn, fünf Minuten zu spät, gekauft, nehme ich sofort, ist nicht zu spät. Würde sich jeder darüber freuen. Wie sieht das in der Schweiz aus? Die Definition der Verspätung ist mehr als fünf Minuten. Das wirkt sich in erster Linie auf die Statistik aus natürlich. Ich erinnere mich, es gab noch eine Zeit, da war die Definition der Verspätung drei Minuten, ich weiss nicht mehr, vor zehn Jahren oder so, dann wurde das erhöht. Plötzlich waren die Züge statistisch weniger verspätet, aber einfach nur auf dem Papier. Aber die Toleranz variiert sehr. Die Leute regen sich manchmal schon auf, wenn der Zug eine Minute verspätet ist und andere sind da toleranter. Aber wie ich gesagt habe, weil wir wie immer mehr in ein Metrosystem gehen, die Regionalzüge folgen sich im 10-15 Minuten Takt, ist diese Verspätung auch gar nicht mehr so wichtig. Es ist wie ein Bus, man weiss, dann kommt bald wieder einer. Also die Leute regen sich über viel auf, aber ich glaube, das ist nicht, ich habe das in meinem Buch, das ich dazu geschrieben habe, ich das unter Nörgerleien abgetan. Okay, und irgendwann ist man vor einer Toleranzgrenze, das dann vielleicht bei der akademischen Viertelstunde angelangt dann später. Ja, nein, also es gibt dann schon eine obere Grenze. Und vielleicht noch ein Punkt ist wichtig, im schweizerischen System, Metrosystem, es gibt alle halbe Stunde einen Zug, aber sie müssen oft umsteigen. Sie kommen irgendwo hin in alle halbe Stunden, aber sie müssen irgendwo umsteigen. Und die Umsteigezeiten sind relativ knapp bemessen. Und dann, wenn die Leute den Anschluss verpassen, ich glaube, das regt sie mehr auf als die fünf Minuten Verspätung. Gerade wenn man sich vielleicht angestrengt hat, den Zug noch zu bekommen. Da sind wir vielleicht auch bei Herausforderungen, die die schweizerische Bahn zu handeln hat. Was sind denn bei Ihnen gerade die großen Herausforderungen, die man in Angriff nimmt oder über die man sich in der Schweiz den Mund zerreißt? Das System ist überlastet. Sie müssen sich die Schweiz nicht eigentlich als Land, das ist ein bisschen heretisch, aber nicht als Land, sondern als eine große Metropolitane Region, eine große grüne Stadt vorstellen. Und mit riesen Bevölkerungswachstum die 10 Millionen Schweiz, wenn man da die Grenzen angebietet, zurechnet. Und das System kommt einfach an seine Grenzen. Nicht unbedingt, weil man zu wenig investiert hat, aber einfach, weil man nicht weiter ausbauen kann. Es gibt keinen Platz für weitere Schienen. Und darum muss man unterirdisch bauen, das ist natürlich teuer. Und das große Problem, das uns beschäftigt, ist der Unterhalt des Systems. Die Infrastruktur ist so stark benutzt, dass es relativ wenig Zeitfenster gibt im Tag, wo man den Unterhalt machen kann. Also muss man nachts machen, über das Wochenende und dann fällen Züge aus. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, die wir haben. Und einen laufenden Betrieb noch aufrecht zu erhalten, während man Verbesserungen am Netz vornimmt. Jetzt ist die Meldung reingekommen, vorgestern, dass in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Dutzende Großbaustellen geplant sind. Die Ersatzzüge oder Schienenersatzverkehr und so weiter, die Leute werden sich natürlich auf ihrem Arbeitsweg bedanken dafür. Und das versucht man zu vermeiden. Oder man versucht, die Schweizer pendeln, sehr wichtig, weil die Wohnungen so teuer sind und sie nichts finden, pendeln sie. Und drum versucht die Schweizerische Bahn so gut wie möglich während den Pendelzeiten den Betrieb voll aufrecht zu erhalten und dann an den Randzeiten nachts, Wochenende diesen Unterhalt durchzuführen. Wenn Sie Bahnchef in der Schweiz oder in Deutschland wären, was wäre das Erste, was Sie in Angriff nehmen würden? Also ich bin ja nicht ein Ingenieur, ich bin ja ursprünglich jemand, der sich mit Management beschäftigt. Aber ich denke, man muss kommunizieren, was die Bahn für Herausforderungen hat und was man realistischer Weise von ihr erwarten kann. Angesichts des Bevölkerungswachstums, der Verdichtung, der Verstädterung. Und man muss auch der Politik klar machen, dass es nicht eine Bahn gegen Strasse ist, das scheint mir das Wichtigste, sondern dass das komplementär ist. Man kriegt nicht allen Verkehr der Strasse auf die Schiene, ist unmöglich, aber wenn die Schiene nicht mehr funktioniert, funktioniert die Strasse eben auch nicht mehr. Diese Komplementarität zwischen den beiden Verkehrsträgern, sei es beim Personenverkehr oder beim Güterverkehr, würde ich in Angriff nehmen. Das heißt, man muss Hubs bauen, wo von der Straße auf die Schiene übergegangen werden kann und umgekehrt. Also Park and Ride, alles solche Dinge, das Gleiche beim Güterverkehr. Das war eine Einschätzung von Matthias Finger. Er ist emeritierter Professor an der Technischen Hochschule Lausanne. Sein Fachbereich war Management von Infrastrukturen wie Transport, Energie und Kommunikation. Herr Finger, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und sollten Sie mal wieder in der Deutschen Bahn fahren, gute Fahrt und wenig Verspätung. Danke, danke vielmals. Liebe Hörer, das war es wieder mit Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 17. Juli 2024. Bei all dem, was um uns herum passiert, möchte man doch manchmal die Augen schließen und den Kopf in den Sand stecken, so wie das Teile der Tierwelt manchmal machen. Aber Probleme zu ignorieren, bringt sie nicht zum Verschwinden, deswegen funken wir hier vom Kontrafunk natürlich auch weiter. Lassen Sie uns lieber in anderer Hinsicht die Tierwelt bewundernd zum Vorbild nehmen. Hören Sie nämlich heute bei unserer Sendung Mensch und Medizin, wie clever sich manche Tiere in Sachen Selbstheilung da anstellen. Dazu gleich noch eine kleine ausführliche Ankündigung im Anschluss. Mensch und Medizin hören Sie heute um 10, 16 und 21. 5 nach den Nachrichten hier im Kontrafunk. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich bin Gernot Stanowski. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk- Beitrag www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio Vielen Dank.